Diese Geschichten. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten, ja, die neue Linie. Ich kenne die Frau Doeli auch schon seit über 20, 25 Jahren. Herr Lücking, ich mache gleich weiter. Dankeschön, wir nehmen aber nicht so viel Zeit. So, und ja, was sie für uns gebaut hat, ist auch einzigartig, vor allen Dingen in der kurzen Zeit. Ich habe ihr gesagt, Anushka, du kennst mich, wir haben keine Zeit. Ja, und wir müssen ein super Produkt haben, damit unsere Partner nicht ihr Gesicht pflegen mit irgendwelchen Fremdprodukten, sondern wirklich mal unsere eigenen Produkte benutzen. Und die hat eine super Linie gebaut. Anushka Doeli nach vorne, einen Riesenapplaus. Ja, meine lieben Damen, ich habe Ihnen und meine Damen und Herren, auch ich habe Ihnen was ganz, ganz Tolles vorbereitet. Eine wunderschöne Pflege, Tages- und Nachtpflege, Unisex, wunderschön wirkend, schnell einziehend und vor allem auf der höchsten Ebene der jetzigen Wissenschaft. So, und jetzt haben wir das Produkt. Das ist die Gold Infusion Collagen Cream Concentrate. Wir sprechen hier von einem Konzentrat, einer wunderbaren Wirkkosmetik, die sehr schnell sofort einen Lifting-Effekt erzielt, aber vor allem auch in der Tiefe ihrer Haut wunderschöne Straffung aufbaut, von Dauer vor allem. Verjüngung, wunderbare Straffung und wunderschönes Lifting. Okay. So, wo ist das jetzt? Nicht drücken. So. Nichts drücken. Erklären. Okay. Alleine, ohne Charts. Okay. Ich habe so wunderschöne Charts für Sie vorbereitet, denn diese Pflege beinhaltet extrem viele Inhaltsstoffe. Sie basiert vor allem auf vier ganz, ganz wichtigen Wirkstoffen. Das ist koloidales Gold, 24 karatiges. Wir sprechen über marines Kollagen, 3-D-Hyluronsäure und zusätzlich das Ganze noch unterpuffert mit wunderschönen Stammzellen aus der edlen Weinregel. Wir sprechen hier wirklich von höchster Ebene an Kosmetik, Wirkweise in jeglicher Ebene der Haut. Und basierend das Ganze deswegen auf diesen vier Wirkstoffen, damit die Haut auch wirklich von innen dauerhaft unterpuffert wird und das koloidale Gold einen wunderschönen Booster-Effekt in die Haut aufbaut. Boosting deswegen, damit die schlaffe Haut, die trockene Haut, die Haut, die dementsprechend sich vielleicht nicht so gut fühlt, vielleicht auch Pähtchen zeigt, dass diese Haut wunderbar glänzt wieder, wunderschöne Strahlkraft bekommt. Und das erzielen sie durch die Mischung von diesem wunderschönen koloidalen Gold und den Stammzellen der edlen Weinregel. Diese sind nämlich in der Lage, ihre Zellkommunikation zu verbessern. Deswegen werden die Zellen besser Feuchtigkeit speichern können. Die Zellen können deutlich mehr sich teilen, sich verjüngen und von innen wieder neu straffen. Das Ganze wird unterstützt durch marines Kollagen. Und das marine Kollagen ist in der Lage tatsächlich, die brüchigen Fasern, die sie schon an Kollagen in sich haben, das heißt die Fältchen, die kleinen Narben, die zu großen Poren, genau das Ganze wird wieder neu regeneriert, restrukturiert und repariert. Und das ist nämlich die Kunst dieser wunderschönen Cream Concentrate. Zusätzlich das Ganze natürlich in einem wundervollen Potpourri an anderen Wirkstoffen, wie zum Beispiel Weizenkeimöl. Wir haben hier zusätzlich noch wunderbare Extrakte der Weinblätter, Allantoin, Panthenol, Vitamin E, Vitamin C als Schutzfaktoren für ihre Haut. Und nochmal zusätzlich, ganz, ganz wichtig, der Wellness-Charakter ihrer Haut. Sie bekommen einen Lifting-Effekt bei der ersten Anwendung und sie bekommen eine straffere Haut schon nach vier Wochen. Das Tolle ist, diese Creme zieht sehr, sehr schnell ein, ist ein Konzentrat, also bitte Spaß am Anwenden, das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Konzentrat verteilt sich dann in allen Hautschichten ihrer Haut und baut sie dort von innen wieder neu auf. Sie bekommen ein neues, sozusagen Wellness-Gefühl schon bei der ersten Verwendung, weil diese Creme sehr schnell einzieht. Eine Tages- und Nachtcreme, also Sie müssen nicht unbedingt das unterscheiden. Sie pflegt ihre Haut am Tag, schützt sie am Tag, befeuchtet, also hydratisiert bis in die Tiefe und verleiht ihnen ihre Haut den gesamten Tag über Geschmeidigkeit. In der Nacht werden die ganzen Regenerationsprozesse der Haut neu aufgebaut, angekurbelt, sodass sich die Haut über Nacht am besten erholen kann. Sie wachen dann wirklich entknittert wieder auf. Und das ist ja das Schöne, das ist die Kunst. Ich habe mir auch Gedanken gemacht bei dem Duft, den wir komponiert haben für Sie. Es sollte nicht zu parfümiert sein, auch wieder nicht zu klebrig, nicht zu schwierig, nicht zu altbacken. Und wir haben tatsächlich eine wunderschöne, erfrischende Komposition gefunden, die Ihnen sofort bei der ersten Anwendung ein ganz, ganz tolles Wellness-Gefühl geben wird. Sie werden sofort spüren, wow, das ist wie eine Spa-Anwendung für zu Hause. Die Creme dringt Ihnen die Haut hinein, hinterlässt keinen Ölfühl und Sie fühlen sich sofort erfrischt. Und das passt auch wunderbar für die Herren. Also auch wenn Sie sagen, ich weiß nicht, muss ich eine Creme verwenden? Ja, ich biete Ihnen es Ihnen wirklich sehr gerne an. Sie zieht sehr schnell ein und hat einen wunderschönen, erfrischenden Duft. Jetzt sprechen wir nochmal über die E-Lebnisse. Das ist ja ganz wichtig. Die Creme mag schön ausschauen, mag auch schöne Wirkstoffe haben. Aber diese Wirkstoffe sind alle bio-verfügbar und sind in Carrier-Systemen verkapselt. Damit garantieren wir ja, dass wirklich diese Wirkstoffe in Ihre Haut hineindringen und dort sich andocken, wo sie tatsächlich gebraucht werden. Sie liegen nicht auf der Haut drauf, sondern gehen dort hinein und werden aktiv. Also aktive Wirkstoffe für aktive Wirkkosmetik. Ganz, ganz wichtig, die Ergebnisse nochmal. Viel, viel mehr Feuchtigkeit, Tiefenhydratisierung Ihrer Haut, mehr Glätte, mehr Gespeiligkeit, weniger Fältchen und vor allem viel, viel mehr Festigkeit. Und somit haben Sie einen wunderschönen Lifting, der vor allem auch anhält. Ja, du hast es mega gemacht, oder? Erzähl doch mal ganz kurz, was hast du so beruflich, was machst du, was hast du beruflich gemacht? Ich habe ein Mikro. Okay, also ich habe über 25 Jahre Erfahrung in der Kosmetikbranche. Ich bin selbstverständlich auch gelernte Kosmetikerin, habe Kosmetologie studiert, habe das Cidesco-Diplom in der Schweiz gemacht, dementsprechend. Habe auch Marketing studiert und entwickle wirklich seit über sieben Jahren für sehr namhafte Unternehmen Kosmetika. Und ich denke, da sind Sie auch schon wieder an der richtigen Stelle, weil Herr Dogan das richtig ausgesucht hat. Jemand, der sich auskennt, international arbeitet, wirklich weiß, wie eine Kosmetik funktioniert und vor allem, wie tatsächlich auch diese Effekte dauerhaft in der Haut verbleiben. Diese 25 Jahre Erfahrung habe ich ja natürlich gesammelt. Angefangen von Christian Dior, später war ich bei Estee Lauder, Lancaster Group, den größten Hersteller von Private Label Manufacturing weltweit, war ich Verkaufsdirektor. Und dementsprechend habe ich genug Erfahrung gesammelt, was Kosmetik ausmacht. Und Sie wird für uns in Zukunft die neuen Linien mitentwickeln, weil das ist ja nicht die erste, sondern das ist die erste. Und wir werden immer wieder auf den Markt gucken, mit ihr zusammen neue Linien produzieren. Nochmal vielen, vielen Dank, Anushka. Dankeschön. 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 Dankeschön.